hi und danke dass du eingeschaltet hast normalerweise mache ich keine tutorial oder how to videos aber heute habe ich mich dazu entschieden doch eins zu machen und zwar weil ich ein problem mit der videoqualität in youtube hatte ich wurde auch schon darauf angesprochen warum teilweise szenen in meinen videos so matschig sind und ich wusste es einfach nicht und hatte mich auch vorher nicht so sehr damit beschäftigt mich zwar selber auch darüber geärgert aber habe es irgendwie hingenommen weil ich dachte okay das ist halt so und habe jetzt aber festgestellt nein man kann da was machen und ich habe heute einen teilerfolg erlebt und dachte mir okay das kann ich in einem video zeigen ich habe zwar selbst andere youtube videos gesehen die das zeigen aber wollte das einfach selbst nochmal an meinem beispiel demonstrieren und die schlüsselwörter hier an der stelle sind einmal vp9 und avc1 beziehungsweise h 264 als videoformat und ein beispiel dass ich in meinem video zeigen möchte ist dieses diese stelle aus meinem terraforming video wo ich über das rapsfeld etwas knapp drüber fliege und da sieht man schon sehr deutlich den qualitätsverlust und das hier ist jetzt das rohe gopro material gut mit color grading aber das spielt jetzt nicht die rolle und deswegen sieht das hier halt auch glasklar aus wenn ich das jetzt hier etwas langsam abspielen lassen denn wir hier wunderbar schöne details sehr aufwendig für so ein video diese details darzustellen aber das gopro material ist ja auch soweit ich weiß in ungefähr 30 mbit da ist viel spielraum diese details auch darzustellen so und ich habe das natürlich alles schon vorbereitet wie das gleich aussieht gegenüber dem avc1 und dem vp9 und wer sich darüber informieren möchte wie das ganze funktioniert und was da der unterschied ist vp9 ist auf jeden fall etwas wenn ich das richtig gelesen habe das von google entwickelt wurde und hauptsächlich auf youtube ursprünglich zu verwendungen gefunden hat und h264 ist eben dieser standard codec der irgendwie bei blu rays oder anderen 1080p videos in zur verwendung kommt mpeg 4 avc und vp9 ist entwickelt worden für videos die über das full hd format gehen dann für 4k aufnahmen oder sowas eher geeignet sein sollen steht auch deswegen irgendwie in konkurrenz mit h265 was halt der nachfolger von hat 264 aber so richtig video format profi bin ich nicht nehme ich jetzt einfach mal hin es gibt vp9 und h264 und youtube unterstützt diese beiden und youtube verwendet auch diese beiden wenn du deine videos hochlädst und es macht einen gravierenden unterschied welche verwendet werden und ich wollte euch zeigen wie ihr dafür sorgt dass vp9 verwendet wird wenn ihr euer video hochladen so und das hier ist ein frame dass ich jetzt hier mal angehalten habe von ungefähr also ich weiß jetzt ganz genau wo diese stelle hier ist aber ich sag mal ungefähr hier und man sieht hier eindeutig sehr schöne details und hier 1,3 mega kartoffel nicht so viele details und ja darf jetzt keine wunde erwarten ich habe das ganze noch mal verkürzt hochgeladen um zu testen ob die qualität an der stelle besser werden kann und sie wird besser und zwar in diesem bild hier meine meinung nach deutlich besser noch mal zurück noch mal vor und das liegt jetzt nicht daran dass ich dieses bild irgendwie länger habt dort stehen lassen ich kann das auch gerne mal durchlaufen lassen gleich wie das dann in der motion aussieht wenn das video durchläuft aber was wir hier sehen ist also wie wir feststellen können dass vp9 verwendet wurde ist wenn wir in das video die rechte maustaste reindrücken um den kontext zu öffnen gibt es hier einen statistiken für nerds bereich und dann kommt so ein kleines fensterchen und da stehen dann diverse informationen wie zum beispiel der codec der von diesem video hier verwendet wird und das ist in dem fall vp9 und in meinem original video dass ich hochgeladen hatte avc1 so jetzt habe ich ein paar videos gesehen darüber wie man noch nachträglich ohne dass ich das video neu hochladen muss und meine wertvollen views zu verlieren das ganze auf vp9 umändern kann weil youtube hat ja noch meinen original bildmaterial und da bin ich gerade daran dass zu testen habe es aber noch nicht geschafft also das video zu verbessern ohne zu verändern soll möglich sein ich habe es noch nicht hingekriegt aber in zukunft werde ich mit meiner technik die ich jetzt hier gelernt habe meine zukünftigen videos hochladen und habe es geschafft eben den vp9 codec zu forcieren um hier bessere qualität zu erhalten so und wir können das ja einfach mal durchlaufen lassen also das ist noch eine andere harte szene aber die ist generell schwierig deswegen also hier habe ich nicht so viel erfolg erzielt und ich werde das ja wieder als video hochladen und das wird ja dann auch wieder ein bisschen runtergerechnet also ich hoffe dass man allein schon den vergleich ganz gut sehen kann aber ich denke schon weil das ja standbilder sind aber wir reden hier von dieser szene und wir gucken sie uns erst in magic an und zwar in nehmen wir mal halbe geschwindigkeit und ohne ton das reicht eigentlich schon man sieht hier wunderschön wie das ganze bild zusammenbricht und das ganze jetzt mal hier mit halber geschwindigkeit ohne ton der seite und hier ist kein brabes entstanden also natürlich ist das video immer noch mit vielen details versehen und schwierig für diesen für diese niedrige bitrate die youtube ja dann daraus macht die vollen details darzustellen aber es ist eben nicht zusammengebrochenes bild wie in dem anderen video eben zu sehen war gerade so hier dieser bereich stabil geblieben sehr schön und ja ihr wartet bestimmt schon die ganze zeit darauf dass ich euch verraten wie ich das gemacht habe und es ist gar nicht so schwer was wir hier nämlich sehen können ist das terraforming video also verwendet habe ich von dieser gopro qualität hier von den einstellungen 1080p 60 frames super view mir gefällt das super view mir gefallen die 60 frames allerdings wird bis 1080p standardmäßig der avc 1 codec von youtube verwendet wenn du dein video hochgeladen hast videos werden nämlich standardmäßig von youtube neu codiert dein video wird nicht verwendet wie du es hochgeladen hast und das sieht man dann hier an der maximalen qualität die man in diesem einstellungs grid hier auswählen kann 10 80 60 so in dem dieses kurz video das ich gemacht habe um das mal auszuprobieren das habe ich eine stufe höher codiert in 2,7 kam und ab diesem zeitpunkt denkt youtube ok der hat ein video das höher ist als 10 80p ich muss meinen guten codec verwenden und dadurch wird automatisch nachdem die das video hochgeladen wurde die verschiedenen qualitäten nach codiert und eben auch eine 10 80 60 version und die hat dann auch den vp9 codec und wenn ich auf 2,7 k hoch rechne dann werden natürlich pixel hoch interpoliert aber wenn es dann wieder auf die eigentliche quell auf lösung geht sollte das bild eigentlich aussehen wie gewünscht und das tut es meiner meinung nach und das mit wesentlich besserer bildqualität können das hier nochmal mit dem rapsfeld zeigen ja blub so im vollbild also sieht deutlich besser aus und hier eben die stelle nochmal im vollbild wo hier alles einfach nur platzt und zermatscht genau die einstellungen dafür habe ich ganz einfach im premiere pro wie folgt gesetzt breite ist hier anstatt der 1920 die 2560 und höher anstatt die 10 80 die 1440 frame rate und sowas lasse ich natürlich wie es die quelle vorgegeben hat profil steht auf high maximale tiefe rendern dann eine variable bildrate mit einem durchgang ich habe gehört zwei durchgänge könnten das video sogar noch schlechter machen dann warum auch immer wichtig war mir hier dann eben die maximale bildrate von 40 bei einer zielbildrate von 30 30 ist ja ungefähr das gopro material das heißt wir wenn ich ein video fertig geschnitten haben hoffentlich eine gleichbleibende video qualität bevor wir hochladen das sorgt natürlich dafür dass wir recht große videos bekommen die dann beim hochladen etwas länger dauern aber das ist es mir wert und die maximale render qualität hier anhaken und verwenden unter audio steht auf jeden fall aac 48 kilohertz stereo die audi qualität ist hoch und die bidrate 320 aber hier scheint youtube zwei abstufungen zu machen empfohlen wird 384 soweit ich weiß und als nächster niedrigster niedriger punkt unter der 384 werden die 192 also werden soweit ich weiß die 320 sowieso auf 192 runtergerechnet wobei das die saun nicht fett macht ja das ganze dann speichern auf youtube hochladen und sich freuen dass man eine gute video qualität hat was mich ein bisschen nervt an der stelle ist also ich meine mir kann es ja egal sein aber man erzeugt eine 2,7 k version die keine 2,7 k version ist und google hat ohne den speicherplatz den es hier verwenden muss weil es uns die option einfach nicht bietet vp9 zu verwenden und dafür haben sie halt ein video extra da liegen das nichts bringt aber gut sei es drum wir wünschen uns nicht diese qualität sondern diese qualität und dann müssen wir das halt so machen falls dir das video geholfen hat und falls du dadurch deine videos verbessern konntest würde ich mich darüber freuen wenn du das in meinen kommentaren hinterlässt und falls du noch anregungen hast wie ich etwas verbessern kann was ich jetzt hier nicht erwähnt habe weil ich jetzt auch erst mal festgestellt habe okay wir haben hier potenzial was zu verändern schreibt mir das auch in die kommentare und ich werde sehen wie ich das bei mir anwenden kann ansonsten vielen dank fürs zuschauen und viel spaß beim video hochladen also analysiert show mess older 8 extra втор mess sch 두 macht wir